Das war auch ein scheiß Zettel. Verstehst du, dass man da auch einfach nicht klarkommen kann? Ja. Es ist so str... Hallo? Ab jetzt habt ihr noch 18 Stunden. Dann ist es vorbei. Okay, warte. Ich kann doch... Was machen wir denn jetzt? Nein, 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 nein. Okay, irgendwer versucht uns einfach nur zu verarschen. Das ist ein... Wer sollte uns denn bitte hier verarschen? Wir sind am Arsch der Welt. Ja, die Tatsache ist ja so krank, dass wir in der Wohnung verarscht wurden, dass ein Zettel an dem Auto war. Dass wir hier hinkommen und es diesen Streich gibt. Dieser Scheiß auch. Dieser Scheiß auch. Und dass jetzt jemand anruft, das ist krank. Das ist krank. Ich... Das Ding ist halt, es steht halt anonym. Man kann da halt nichts machen. Es steht halt anonym da. Leute, das ist der kränkste Vlog aller Zeiten von mir. Ich kann es... Ich kann es nicht... Ich komme doch einfach gerade überhaupt nicht klar. Scheiße, ich will nach Hause. Nein, das ist doch genau das, was die wollen. Die wollen... Die finden es lustig. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist Marcel. Denk da mal nach. Wir haben ihm gesagt, wir sind hier. Er verarscht uns mit dieser Sony-Sache. Er ruft an. Das muss es sein. Aber warum sollte er denn so was Kindisches machen? Ja, aber weil er es mega lustig findet. Vielleicht sind die ja auch hier draußen irgendwo. Also ich habe ja keine... Wir können... Guck mal, wir können hier ja alles zuschließen. Wir machen ein Video oder was. Schatz, wir können hier zuschließen. Es kommt niemand rein. Es kann niemand reinkommen. Es ist ja zugeschlossen. Ich hoffe es. Wer weiß von den Leuten bei dir, wo wir genau sind? Kann es irgendwer wissen? Klar. Und zwar? Mein Snapchat-Standort. Wer können ja alle sehen? Wer kann ja sehen? Meine Freunde. Hast du Marcel und Sony hast du wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Okay. Das muss es sein. Die wissen ja, wo wir in Berlin wohnen sowieso. Warum machen die sowas? Wir wollen doch einfach nur eine schöne Zeit zusammen. Ohne Scheiß jetzt. Die denken es halt wirklich. Das ist so kindisch, Leute, wenn ihr das seht. Okay. Soll ich versuchen... Ich kann versuchen, einen von denen anzurufen. Warte. Ihr Gesprächspartner ist zur Zeit leider nicht er... Ja, Marcel. Vielen Dank. Ey, ich check das nicht. Was ich noch nicht ganz verstehe, das muss ich ehrlich sagen, ist wie dies so. Insgesamt, was sie... Also, was ist mit diesen Stunden sowieso? Das wünsche ich auch nicht. Vielleicht wollen sie es ja dann nach diesen Stunden auflösen. Und wir haben noch Zeit, das herauszufinden, dass sie es... Es ist einfach mies Kübi, aber es ist... Okay, safe. Oh, ich will jetzt einfach nur schlafen. Ich bin verder müde. Ja. Leute, sorry, das nehmen Sie nicht über, aber wir sind pennen jetzt. Wir sind voller Marsch. Also, sorry, Mann. Bis dann. Ja. Okay, es ist 3 Uhr eins, Leute. Sie schläft. Es ist immer so süß, wenn sie schläft. Ich bin so tolos süß, weil sie schläft, Alter. Ich kann irgendwie die ganze Nacht nicht so richtig schlafen. Ich weiß nicht. Ich wache die ganze Zeit auf, weil es irgendwie so creep... Weil ich check einfach nicht, warum sich Marcel nicht meldet. Und, ähm, ja, ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal was zu trinken. Alter, es ist dunkel. Ach du Scheiße. What the fuck? Alter, wieso ist das fucking Fenster auf? Okay. Ich... Schatz. 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 Okay. 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 Pow… русi… scheiße! Wow für mein Sch.. Man. Ich hasse Face ID! Alle molemmifelig fühlen sich wirklichски und schlafen. meiner Meinung nach der Garneneutrin. Wo字… Sie. ENGL… Denn, UNTERTIO. Ich will nur auf der Toilette. Du hab ich gewöhlt und gebrecht! Nein! Du hast doch gehört, wie ich gebrüllt habe. Nein. Das ist eine... Hier ist die fucking Toilette. Du hast doch nicht gehört. Ich habe dich echt nicht gehört. Was ist denn los mit dir? Ich war doch gerade noch drü... Was ist denn? Ich glaube, du bist übermüdet. Nein, ich bin nicht übermüdet. Ich will dir nur mal kurz was zeigen, okay? Das fucking Fenster war... Was ist? Hast du das Fenster gerade zugemacht, oder was? Nein, ich war nicht in der Küche. Alter, verarsch mich nicht. Hast du das Fenster gerade zugemacht? Das Fenster war auf. Hast du es gerade zugemacht? Nein, ich war auf der Küche. Okay, es ist eine einfache Frage. Warst du kurz hier und hast das Fenster zugemacht? Nein, ich war nur auf der Toilette, Schatz. Und ich möchte jetzt auch wieder ins Bett. Bitte macht die Kamera aus. Alter, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Es ist nicht... Das ist der krankste Vlog aller Zeiten. Ich schwöre, der krankste Vlog. Oh. Morgen. Morgen. Guten Morgen, Freunde. Nicht wundern, ich sehe echt wahrscheinlich super scheiße aus. Es war irgendwie eine komische Nacht, aber... Hast du gut geschlafen? Ja, keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir noch leben, Alter. Was ist hier los? Keine Ahnung, aber... Kommt, Leute, wir gehen jetzt mal schauen, ob das alles in Ordnung ist da hinten. Und du stehst auch gleich auf. Scheint ja alles hier normal zu sein. Ey, Schatz, wir wurden bestimmt nur verarscht oder so. Ja, das ist eh Marcel und Sonny, Junge. Ja, ist es auch. Hast du den mittlerweile... Hat der den mal geschrien? Nö. Ja, Leute. Wir denken eh, dass es Marcel und Sonny sind, die uns die ganze Zeit nur verarschen. Und du stehst jetzt mal auf, ich will jetzt morgensport machen. Wir machen jetzt ein bisschen morgensport, werden dann noch zur Rezeption und uns mal Handtücher holen, wenn es geht. Und ja, ein bisschen frühstücken und so weiter. Und wenn es was Neues gibt, berichtet es für euch. So, meine Freunde, wir haben uns jetzt aufgerafft und sind jetzt draußen endlich. Ein bisschen auf Wanderer. Wir haben erst überlegt über Sport machen sollen, sondern dann irgendwie war es so kalt mit Sport. Deswegen sind wir noch raus in den Wald gegangen und wandern. Und das ist wirklich ziemlich nice hier. Ich sag's ja gar nicht. Ja, ist echt richtig schönes Wetter auch. Vor allem, ich mag's so. Hört man die Vögel so, ist so richtig schön. Richtiges Frühlingswetter heute. Kleines Update übrigens. Ich hab Marcel tatsächlich eben wieder erreicht. Er hat geschrieben, er ruft sich gleich zurück. Ich vermute mal, er wird dann den Prank auflösen. Ich hab keine Ahnung. Er meinte auf jeden Fall, er ruft gleich zurück. Deswegen hoffe, dass ich auch direkt dann aufnehme, wenn er anruft. Ja. Ja. Schatz. Guck mal ganz kurz, da läuft jemand lang. What the fuck? Der sieht irgendwie komisch aus. Warte mal Leute, okay, warte mal. Was macht der? Das sieht richtig komisch aus. Können wir ihn wieder umdrehen bitte? Ja, warte mal. Wieso? Das ist gruselig. Okay, jetzt erst weg. Hier laufen so gruselige Leute rum. Es ist schon... Das ist so ein komischer Ort hier. Es ist wirklich ein komischer Ort. Wir sind jetzt noch eine Nacht hier. Und die sind auch ein bisschen froh, dass er hier vorbei ist. Weil es ist schon irgendwie unheimlich. Und ich check auch bei dieser ganzen Pranksache nicht ganz, was es soll. Beziehungsweise... Ey, nicht, dass es Marcel war. Soll ich mal gucken, ob ich ihn noch finde? Warte, ich geh mal ganz kurz... Warte, ich sag... Marcel? Jo, es kann halt auch irgendein Random gewesen sein, ne? Der einfach mit einer Maske rumläuft. Das ist halt jetzt auch ein bisschen... Also... Keine Ahnung. Ich meine nur. Weißt du, was ich meine? Weil wir jetzt hier lang laufen. Da hinten sind Häuser. Also es kann schon sein. Wir gehen lieber mal, weil man weiß nie. Generell im Wald ist es immer ein bisschen creepy. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder. Direkt vor unserer Tür ist einfach hier so ein Ameisending. Kennt ihr das? Ich finde das irgendwie so voll spannend. Einfach ich könnte da so stundenlang vorstehen. Und das einfach irgendwie so beobachten oder so. Keine Ahnung. Deswegen müssen wir jetzt... Nein, oder? Nein, oder? Alter, nicht schon wieder. Was bedeutet das? Zehn Stunden. Echt? Ja, 20 Uhr dann. Ich check's gerade gar nicht. Dann ist es 20 Uhr in zehn Stunden. Was bedeutet das? Warte, ich ruf jetzt Marcel an. Warte, ich ruf jetzt Marcel an. Ohne Scheiß, ich raste gleich richtig aus. Ich kann das einfach... Ich check's einfach gerade gar nicht mehr. Weil es muss ja auch irgendwann mal aufhören. Junge, er geht schon wieder nicht ran. Ich krieg gleich den Mega-Ausraster. Diese verfickten Zettel, Junge. Es ist halt einfach nicht mehr witzig. Weil es ist halt einfach... Wenn es Marcel nicht ist, ist es halt einfach todeskrank so. Deswegen check ich halt einfach gar nicht, was es soll. Was glaubst du, was es damit auf sich hat? Ja... 20 Uhr. Keine Ahnung. Wahrscheinlich denkt Marcel, dass es witzig ist, wenn er den Prank noch übel lange zieht oder sonst irgendwas. Ich kann das auch nicht verstehen. Und was, wenn es nicht Marcel ist? Schatz, es ist 100% Marcel. Was, wenn nicht? Also, ich sehe da auch einen Zusammenhang, weil er uns am Anfang angerufen hat, dass Sonny weg ist und so weiter. Aber was, wenn es er einfach nicht ist? Ich würde, wenn es jetzt so eine witzige Situation wäre, Leute, würde ich jetzt so sagen, ja, stimmt meine Kommentare ab, was würdet ihr sagen, dieses Marcel ist nicht Marcel oder sowas, es ist einfach nur mies creepy sowas. Einfach richtig... Haben wir noch was zu trinken eigentlich? Ja. Ach, Junge. Ja. 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 Nein. Du... Alter, ich schwöre dir... Nein, 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 sag es jetzt einfach. Wirklich, du musstest schwören auf alles. Was ist denn? Nein. Ich schwöre dir, es ist genauso. Alles, was ich eben gesagt habe. Ja. Ich... Das kann einfach... Er sagt, er war's nicht. Hä, wir unterarschen? Marcel, Marcel, ich kann... Nein, 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 ich kann... Es kann ja nichts... Hör mir zu, es sind so kranke... So viele Zufall, es kann nicht sein. Und du bist ja... Und du und Sonny, ihr seid die einzigen, die wissen, dass wir hier sind. Sonst... Schatz, was sagt er denn? Er sagt, dass Sonny auch immer noch weg ist. Das ist ja... Niemals. Bro, ich... Okay. Schatz... Ja, warte doch jetzt mal ganz kurz. Ich rufe dich gleich zurück. Ich rufe dich gleich zurück. Schatz, was, wenn es dabei war, ist, was er sagt? Wenn Sonny wirklich weg ist? Mann. Das Ding ist... Was ist das denn? Hey Jonas, ist alles gut bei dir? Ich wollte mal ganz kurz fragen, ob du noch lebst. Also, Alex, Real Talk jetzt gerade. Komm, komm, komm. Wer ist das? Nimm's gerade auf. Ja. Ja. Wer ist das? Ich glaube, es wird jetzt richtig krank. Ich schwöre dir, ich fange gleich an zu weinen. Innerlich, mein Herz rast gerade so. Es ist Luca. Also, Concraft da. Weißt du? Kennst du? Ja. Hey Jonas, ist alles gut bei dir? Ich wollte mal ganz kurz fragen, ob du noch lebst. Also, halt, Real Talk jetzt mal. Was? Weil voll viele Kollegen von YouTube melden sich nicht mehr bei mir. Die Nachrichten kommen zwar an bei WhatsApp, haben zwei Haken, aber sonst keine Rückmeldung. Also, ich check ehrlich gesagt gerade 0,0, was los ist. Schatz, nicht das, also entweder ist es wirklich wahr. Okay, warte jetzt noch mal ganz kurz. Hör doch jetzt auch so eine... Junge, hör doch mal jetzt auch so eine Scheiße zu labern. Also, warte mal kurz. Warum schreist du mich jetzt an? Okay, hör mal ganz kurz zu. Weißt du, wie ich das gerade überfordert? Das ist so krank, Alter. Ja, was kann ich dafür? Musst du mich deswegen so anschreien? Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Situation. Ja, das ist auch keine Situation, die man täglich hat. Aber, warte mal. Das ist wie bei irgendeiner... Guck mal, es ist wie... Weil wir es so aufnehmen. Es ist wie bei Paranormal Activity oder sonst irgendeiner Scheiße. Es ist wirklich... Es ist so... Okay, okay, warte. Okay, warte. Nimm es auf, ne? Du nimm es auf. Okay, Leute. Es muss eine Erklärung dafür geben. Also, es ist wahrscheinlich eine Art Megaprank, oder? Ich weiß es nicht. Was, wenn nicht? Ich bin jetzt hier alleine, weil der Streit mit Jonas und mir ist gerade ein bisschen eskaliert. Und um ein bisschen Abstand jetzt zu gewinnen, ist er jetzt einkaufen gegangen und ich bin hier geblieben. Es nervt mich so, dass wir uns andauernd nur streiten. Ich dachte, wir kriegen das irgendwie hin, weil Leute, wartet mal. Ich habe nämlich... Wartet, ich zeige es euch. Hier ist mein Koffer. Da ist es auch schon. Ich habe nämlich ein mega süßes Geschenk noch für ihn, was ich ihm am Ende des Urlaubs geben möchte. Ich will jetzt noch gar nicht verraten, was da drin ist, aber ja. Deswegen finde ich es auch so schade, dass wir uns nur noch streiten, weil ich mache mir so eine Mühe, weil ihm das so geben und am Ende des Urlaubs, wenn wir uns die ganze Zeit streiten, das ist halt echt auch blöd. Ich finde es auch mega gruselig, jetzt hier alleine zu sein, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es dafür eine Erklärung geben wird. Naja, und ich habe mich ja fertig gemacht. Wir wollten nämlich eigentlich noch ein paar Bilder machen für mein Instagram, aber da er ja jetzt weg ist gerade, dachte ich mir, mache ich jetzt einfach ein paar Selfies alleine. Und ihr könnt mir ja gerne zuschauen dabei. Das Wichtigste ist immer, dass man gutes Licht hat und da hier direkt ein Fenster ist. Ja, ist hier gutes Licht. Und ich gucke mal da oben rein statt hier unten. Naja, ich hoffe, er bringt mir wenigstens was mit für mein Kauf. Leute, ich bin jetzt gerade im Auto und ich weiß nicht genau, Denise und ich, ähm, beziehungsweise, wie soll ich sagen? Naja, wir haben auf jeden Fall uns jetzt dazu entschlossen, dass ich jetzt gerade erst mal was einkaufen gehe. Ich wollte sowieso noch was einkaufen, Leute, für heute Abend. Wir wollten unbedingt heute Abend mal in die Sauna gehen. Es passiert einfach gerade viel zu verrücktes Zeug und wisst ihr, ich bin mir sicher, ihr fragt euch, warum wir nicht einfach wieder nach Hause fahren. Aber wisst ihr, ich glaube, immer noch da, irgendwer steckt dahinter und man darf sich nicht unterkriegen lassen. Das ist wie aufgeben. Jetzt nach Hause fahren, das wäre wie aufgeben. Und naja, ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal einkaufen. Ich möchte auch Kerzen kaufen. Also nicht Kerzen, um die dann in die Sauna zu tun. Aber heute Abend wollten Denise und ich mal die Sauna benutzen, die in dem Ferienhaus drin ist. Und ich stelle mir das richtig romantisch vor, wenn ich dann vielleicht ein paar Kerzen draußen tue und dann gehen wir in die Sauna oder in den Workpool. Und ich glaube, das wird richtig schön. Ich glaube, wir können es so ein bisschen ablenken und dann, keine Ahnung, wenn wir die Sachen aber vergessen, dann wird das schon. Jedenfalls gehe ich jetzt erst mal einkaufen. Mal gucken, was hier so in der Nähe ist. Man muss ein bisschen fahren. Ich hoffe einfach, dass es Denise gerade gut geht. Ja, mal gucken. Da sind wir auch schon am Edeka. Ich glaube, die werden auf jeden Fall Kerzen haben. Das ist ganz gut. Leute, kennt ihr das, wenn ihr einfach nie das findet, was ihr eigentlich sucht? Ey, ich habe jetzt schon ohne Scheiße, ich sehe hier so Gurken sind da, aber den Rest einfach finde ich einfach gar nicht mehr. Wollen wir hier Kerzen, Alter? Jesus Christus. Irgendwie mittlerweile habe ich mich ganz gut beruhigt. Also ich bin froh, dass das Ganze vorbei ist und keine Ahnung, das ist nicht mehr so gruselig irgendwie alles. Ich habe jetzt meine Fotosession beendet und dachte mir, da das immer eine sehr große oder sehr hohe Nachfrage hat, zeige ich euch einfach mal, wie ich so meine Bilder immer bearbeite. Aber zuerst gehen wir die mal gemeinsam durch, denn das sind ja immer schon recht viele. und suchen uns mal ein schönes raus. Ich habe richtig viele Fotos gemacht, Leute. Kennt ihr bestimmt. Macht immer tausend Fotos, bis man zufrieden ist mit nur einem. Ah, das ist auch richtig schön. Noch ein Favorit. Das ist nicht so schön. Und das hier ist... What the fuck? Leute. Leute, das ist doch nicht echt. Seht ihr das? Ist hier jemand? Hallo? Leute. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße. Andere fehlgeschlagen. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? So, Leute. So, ich habe alles bekommen. Ich habe sogar noch ein bisschen was Geiles zu essen gekauft. Also ich glaube, es wird sehr, sehr... Ist jetzt nicht deren Scheißernst, Alter. Scheiße, Leute. Jetzt habe ich ausgerechnet. Kein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ey, ich... Was zum... Wer macht diesen ganzen Scheiß, Leute? Ich kann das nicht... Ich kann das nicht fassen. Oh. Oh. Alter. Ja, was ist los? Schatz. Schatz, ich brauche deine Hilfe. Komm sofort nach Hause, schnell. Wie bitte? Wie bitte? Komm sofort her. Hier ist jemand in der Wohnung. Okay, okay. Jetzt beruhig dich erstmal, okay? Ich, ähm... Ist jemand drin? Ich komme. Ich komme. Ich bin zu scheiße jetzt. die Polizei anzurufen, weil mein Scheiß-Handy aus ist. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, die Tür ist offen. Ich habe... Hast du die... Natürlich habe ich abgeschlossen.